Hallo, mein Name ist Henning. Vielleicht kennst du mich schon aus dem Hörbuch Führerschein der Klasse B. Ich begleite dich nun mit dem Hörbuch der Klasse A zu deinem Führerschein fürs Motorrad. In diesem Hörbuch hast du die Möglichkeit, dir alle prüfungsrelevanten Fragen und die dazu passenden Antworten immer und immer wieder anzuhören, ob im Bus, in der S-Bahn oder vor dem Schlafen gehen. Ich lese dir immer erst die Frage vor und gebe dir einige Sekunden Bedenkzeit. Dann hörst du von mir die passende Antwort. Falls du eine Frage nicht ganz verstanden hast, kannst du ganz einfach wieder zurückspulen und sie dir noch einmal anhören. Manchmal werde ich dir Fragen zu Verkehrszeichen stellen. Diese solltest du dir dann bildlich vorstellen können. Hierzu teilen wir die Verkehrszeichen in drei Kategorien auf. Gefahrenzeichen, Verbotszeichen und Gehbotszeichen. Immer wenn ich Gefahrenzeichen sage, stellst du dir ein dreieckiges Verkehrszeichen mit rotem Rand und einer Spitze nach oben vor. Verbotszeichen sind rund mit einem roten Rand. Und Gehbotszeichen sind rund und blau. Und nun viel Spaß beim Lernen und viel Erfolg bei der Prüfung. Frage 170 Beim plötzlichen Gas wegnehmen ohne auszukuppeln, fährt ihr Motorrad nicht mehr spurtreu. Was kann die Ursache hierfür sein? Antwort Spiel der Schwingenlagerung zu groß und Spiel der Hinterradlagerung zu groß. Frage 135 Sie fahren 100 kmh, haben eine Sekunde Reaktionszeit und führen eine normale Bremsung durch. Wie lang ist der Anhalteweg nach der Faustformel? Antwort 130 m Frage 166 Wie kann sich ein defekter Lenkungsdämpfer auf das Fahrverhalten auswirken? Antwort Ein defekter Lenkungsdämpfer kann zum Flattern des Lenkers führen und die Fahrsicherheit kann sich verschlechtern. Frage 171 Sie stellen fest, dass der Hebelweg der hydraulischen Vorderradbremse Ihres Motorrades wesentlich länger geworden ist. Was müssen Sie tun? CR8 Schwingenlagerung Sie stellen fest, dass der Schwingenlager beeinflusst ist und die Waffe gewinnt. 10 9 10 16 15 Vielen Dank.